Und das interessiert mich. Also zum Beispiel, wie sprechen die Leute noch die Sprache oder warum interessieren sie sich für die deutsche Kultur und solche Dinge. Das ist etwas erforscht. Jetzt zum ersten Mal bin ich hier jetzt in Brasilien, in Blumenau. Ich finde es super. Viele Leute sprechen noch so gut Deutsch. Noch sehr viele sehr jung. Sie verstehen? Sprechen Sie erst? Ein bisschen. Ja, super. Also wer vielleicht nachher Lust hat oder möchte, kann ein bisschen mit mir sprechen und sagen, warum ich hier in dieser Gruppe, warum ich solche Feste tanzen, was gefällt. Ich würde mich sehr freuen. Also leider nur auf Deutsch. Aber ich sitze da hinten. Ja, wenn ich mich da hinten mache? Ja, sicher. Ja? Ja, so für diejenigen, die nicht verstehen. Sie ist eine Studierende Deutschlands aus der Allgemeinen. Sie ist in die Sprache, in den Sprachen, in den Sprachen, in den Sprachen, in verschiedenen Sprachen. Sie ist in verschiedenen Sprachen, in den Sprachen, in Blumenau. Sie ist jetzt in Blumenau, in Brasilien. Sie ist sofort in den Sprachen und in den Sprachen. Aber auch schon geht es in den Sprachen. Jeden simpel, die Damen undípitäten bleibt auch einst thieves haben. Sie sehen , die Hurricane, dass sie sein Keeping mituse ist haben. Sie können dann, wenn man ja vom mit sie Jurgen sagen kann. Geilionert! Hier!